Ja, hallo und willkommen zurück hier zu The Long Dark. Schön, dass ihr wieder dabei seid, das freut mich doch sehr. Ja, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich letztens, warum auch immer, versehentlich die Jacke ausgezogen habe. Deswegen ist auch unsere Temperatur so schnell abgefallen. Keine Ahnung, wie ich das wieder geschafft habe, aber zum Glück ist es mir aufgefallen. So, hier lag noch ein Stück Kohle, genau. Nehme ich mal mit. Und ansonsten ziehen wir weiter. Hier war ja diese komische, bedrückende Musik. Stückchen. Den Zweig, den lassen wir bei ihr liegen. Zwei Richtungen. Wobei die hier verschüttet ist. Dieser Weg. Ah, hier ist aber auch nichts mehr. Außer Kohle. Ich will auch nicht zu viel mitnehmen. Wiegt natürlich auch. Knapp überladen. Ein Kaninchen-Kadaver. Ja, den nehmen wir mit. Aber, wie kommt hier ein Kaninchen rein? Einfach reingelaufen? Denke ich nicht. Zedern Holz. Nämlich auch natürlich. Ja. Dann lassen wir das jetzt auch mit den Brennmaterialien mal sein. Haben wir genug dabei, denke ich. Geht ganz schön tief rein hier. Und da hinten vielleicht wieder raus? Wir werden es sehen. Nein, keine Stöckchen mehr mitnehmen. Ich habe es euch ja versprochen. Kohle lassen wir jetzt auch mal liegen. Wie gesagt. Wie gesagt. Notsignal-Fackel. Also so eine Magnesium-Fackel. Die nehmen wir natürlich mit. Und das letzte Zedern Holz. Ah, da hinten geht es raus. Hier brauchen wir auch unsere Lampe nicht mehr. Ist alles gut zu erkennen. Draußen wieder ein Sturm. Hört sich fast so an. Aber jetzt, wo wir die Jacke anhaben, dürfte das ja nicht so schlimm sein. Oh. Ja, ich glaube, das war die erste Episode, ne? Das war die erste Episode. Tatsächlich. Ein Bär. Und noch jemand. Ich glaube, es war nicht mit Jusela. So, das brauchen wir nicht. Mal kurz überspringen. So, Episode 2. Weiter geht's. Ein Bär also. Hier sehen wir uns. Eine Hütte mal wieder. Nordlichter, sehr schön. Okay, weiter. Und da finden wir uns wieder. Irgendwo. In einer Hütte, denke ich mal. Vielleicht die, die wir gesehen haben. Hey. Hey. Dammit. Not again. Not. Lights. Hey. Oder. Bär! 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 Take it easy. Bär! 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 Wer bist du? Mein Name ist Mackenzie. Ich bin derjenige, der dich von der Behr hat. Ja? Kannst du ihn töten? Ich glaube nicht. Aber ich mag es. Vielleicht hat er es Angst. Was sollst du? Ich bin froh, deine Erinnerung zurück. Ich bin froh. Er hat mich gut gemacht. This time? Ich und den alten Behr gehen zurück. Es ist nicht geschehen zwischen uns. Ich bandage dich, aber du bist schlecht. Ich bin froh. Ist da irgendwo für eine Medikamente Hilfe? Was? Ich meine, wie ein Krankenhaus? Out hier? Nein. Nicht so. Ich sehe, du hast eine Radio. Kannst du dir helfen? Nein. Die Radio ist tot, seit ein paar Tagen. Ich kann nicht mehr von den normalen Chancen. Ich bin nicht sicher, warum. Und da kommt Vivi dann zu. Und da kommt Vivi dann zu. Nein. Aber ich bin mit Doktoren genug, um zu wissen, dass du bald in Probleme bist. Unless du eine bessere Hilfe bekommst, als ich dir. Ja. Genau. All right. Well... Closest help is probably in Milton. Back the way you came. Uh... There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. The next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's... There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's gotta be somewhere nearby that might have medical supplies, or another radio we can use. You might find some comms gear. Or parts. In the old Carter Dam. It's... Probably ancient stuff though. That place has been abandoned for years. Used to have a first aid room. Might still be some old meds there too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Here. Take my rifle. You won't kill him. But you might... scare him off again. Right. Watch out. Damn. Unstable. Wait. What? What do you mean unstable? Damn it. He's passed out. Hmm. Hütte des Pelzjägers. So. Ein kleiner Schnitt an der Stelle. Also wir sind hier im Haus des Pelzjägers. Ein Pelzjäger, den wir gerettet haben. Der verletzte Pelzjäger. McKenzie rettet einen alten Pelzjäger, dessen Wissen über großer Bär und Kurzwellensender ihn bei der Suche nach Astrid voranbringen können. Ja, wir sollen hier den verlassenen Staudamm betreten. Wir gucken uns das gleich mal auf der Karte an. Und hier haben wir eine neue Nebenaufgabe. Kaninchen mit Schlinge fangen. Platziere eine Schlinge und fange mindestens ein Kaninchen. Ja. Das ist also die neue Karte hier. Das ist unsere Hauptaufgabe mit dem Staudamm hier oben. Und wir sehen, wir haben eine komplette neue Karte hier. Aussichtsturm. Lagerbüro. Hier sind auch noch verschiedene andere Orte, die wir nicht eingezeichnet haben, die wir erstmal entdecken müssen. Haus des Pelzjägers. Okay. Gut. Und hier haben wir noch eine Karte, wenn wir rüber wechseln. Die heißt Trostloses Marschland. Und ich kann mich damals erinnern, dass dieses Gebiet wirklich sehr trostlos war. Beschädigte Bahnstrecke. Nochmal eine neue Map. Und wir sehen, es ist sehr groß hier alles. Das heißt, diese Episode erstreckt sich über drei Karten. Und ja, wir nehmen auf jeden Fall dieses Jagdgewehr mit. Hat er uns ja auch vorgeschlagen. Eine alte Jagdrepetierbüchse. Man kann damit Rotwild schießen und vielleicht Wölfe. Nehmen wir mit. Gewehrpatrone. Ja. Ist mit Sicherheit dann auch nicht so verkehrt. Aber ganz ehrlich, um ihn zu versorgen. Wir sind eine wandelnde Apotheke. Wir haben so viele Sachen dabei. Was Medizin betrifft. Da brauchen wir gar nichts finden. Mal kurz beklauen. Und hier an der Werkbank können wir auch die Schlingen herstellen. Dazu brauchen wir getrockneten Darm, Altholz und natürlich hier diese Werkbank. Und vielleicht Werkzeug. All diese Gewehr wird mich aufgeladen. Ja, ich würde auch ganz gerne hier was zurücklassen. Ich glaube die Möglichkeit haben wir hier. Vielleicht hier. Ich glaube das wäre gar nicht so schlicht. Hier könnten wir dann lassen. Die Nähsets. Vielleicht zwei Stück. Dann die vier Magnesiumfackeln. Die nehme ich mit. Das Lampenöl auch. Das einfache Werkzeug lassen wir mal hier. Kaninchen ist ja. Nur noch zu 9% haltbar. Da holen wir uns noch was von weg. Lassen wir hier. Das kann der fressen. Genauso wie die alte Mutter damals. So gut gehen wir mit ihm hier auch um. Das nehmen wir mit. Das ist gut. Klamotten. Da sind wir auch auf der Höhe. Ja und Medizin. Hier würde ich gerne was von abwerfen. Vor allem das. Was. Hier bald abläuft. Das. Das. Hagebuttentee. Davon lassen wir uns jeweils eine Taste hier drinnen. Notfallspritze nehmen wir nur eine mit. Schmerzmittel. Auch nur ein Döschen. Und die Wasserreinigungstabletten. Und die Wasserreinigungstabletten. Davon nehmen wir auch nur einen Platz mit. Und ich glaube das ist ganz gut. Badflechtenverbände. Wir haben hier sieben Stück schon. Die brauchen wir dann nicht. Vielleicht einen. Streichhölzer. Streichhölzer. Lassen wir auf jeden Fall auch. Einige hier. So. Sodass wir vielleicht. Hier die zwei mitnehmen. 48 Stück. Das müsste reichen. Kohle lassen wir auch hier. Zweimal. Das können wir ja essen. Ja. Oder als Zunder benutzen. Das zum Zunder benutzen. Und von dem anderen Stück vom Rohrkolben. Das können wir essen. Hier das. Genau. Rohrkolbenstängel können wir essen. Und das andere können wir verheizen. T. Lasse ich auch mal hier. So. Sonst noch irgendwas was wir hier lassen können. Stöckchen. Lassen wir mal die Hälfte hier. Zeitungspapier. Ja. AC dann auch mal die Hälfte. Ja. 31,94 Kilo. Gerade können wir nur 30 Kilo tragen. Den Topf den wir vergessen haben. Nehmen wir natürlich mit. Und. Noch eine Dose. Der hat auch hier eine Fackel stehen. Also noch eine Laterne meine ich. 92 Prozent. Unsere. Hälfte. Hat 100. Sonst. Haben wir hier aber nichts mehr. Vielleicht hier. Noch ein paar Bücher. Noch was zu essen. Brauchen wir aber gerade. Nicht wirklich. Lassen wir hier. Ist noch was drin, ne? Einen Schokoriegel. Lassen wir auch erstmal hier. Mit der Nahrung ist alles. Okay. Hier hätten wir auch noch eine Map. gut. Dann würde ich sagen. Ziehen wir mal los. Und. Jetzt rösten wir uns doch mal. Ja mit dem Gewehr noch nicht. Das fände ich noch Verschwendung. Ich lade die mal nach. Die Knarre. Ganz gemütlich. McKenzie halt. Das nehmen wir aber wieder schön mit. Okay. Die rüsten wir wie immer aus. Die Leuchtpistole. Gucken wir mal kurz auf die Map, wenn wir rauskommen. Jetzt. Rechts hoch. Der stirbt nicht. Ja. Das Haus des Pelzjägers. Und tatsächlich sind wir jetzt von. Hier. Hier hin gehüpft. Hab mich schon ein bisschen gewundert. Wir müssen jetzt da oben hin. Okay. Dann gucken wir am besten, dass wir jetzt. Rechts bleiben. Uns rechts halten. Gucken. Erst mal, dass wir hier vernünftig wegkommen. Hier hätten wir noch ein bisschen. Munition. Und Lampenöl brauchen wir aber gerade nicht. So jetzt dürfte es auf der Karte auch wieder deutlicher zu erkennen sein. Genau. Hier jetzt geradeaus. Und dann auf der Bahnstrecke links abbiegen. Der Wetter ist zum Glück gut. 33 Kilo von 30. Was sagen die Klamotten? Sind die auch noch in einem guten Zustand? 99, 100. Ja. Alles gut. Tannenholz. Auch mir gerade nicht. Und hier ist auch noch Tannenholz vielleicht. Nein. Gar nichts. So. Weiter geht's. Bin ein bisschen neblig. Ja. Ich glaube hier mit der zweiten Episode werden wir ein bisschen länger beschäftigt sein. Wir haben es ja gesehen. Drei Maps haben wir hier. Dazu noch dieses trostlose Marschland. Und da werdet ihr sehen, dass es wirklich sehr trostlos ist. Erstmal kurz aufpassen, dass wir nicht stürzen. Ja. Vielleicht dort hinten lang. Müssen wir zwar eine kurze Steigung gehen, aber ich denke das ist besser als hier rum. Temperaturverlust erleiden wir gerade auch nicht. Hunger geht natürlich ein bisschen mehr runter, weil wir überladen sind. Und auch die Erschöpfung. Wo ist mein Schlitten? Ich sag's immer wieder. Das wäre doch spaßig hier runter. So. Natürlich, wenn der Bär kommt, dann müssen wir mit der Flinte, mit der Büchse aufpassen, dass wir die schnell genug ausrüsten. Okay. Mal kurz getestet. Nachher rechts reinbiegen. Da hinten ist eine Hütte. Da gucken wir doch mal kurz nach. Wenn wir die schon so sehen, sollten wir doch mal da hingehen und mal nachsehen. Totes Holz. Aber ich glaube mit der Hütte ist nicht so viel. Noch ein Topf. Noch eine Dose. Wir könnten mal gucken. 82er Dose, 88er Dose. Was hat die? 84er Dose. Ich denke, ich kann das benutzen. 84. Da könnten wir die wegwerfen, ne? So, die nehmen wir dafür mit. Der Topf hat 79. Und der 81, da ist der hier natürlich besser. Zedernholz. Nehmen wir gerade nicht mit. Hier liegt auch nichts mehr. Okay. Weiter geht's. Ich dachte kurz, dass dort hinten ein Wolf stelle. Gut. So, dann geht's hier weiter. Einfach geradeaus. Und ich glaube, ich habe gerade einen Wolf gehört. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Da ist eine Stromleitung. Schon mal ein gutes Zeichen. So, und jetzt sollten wir es schnell machen. Solange er verschreckt bleibt. Natürlich wieder nachladen. Und jetzt hier entlang. Angst zu haben, dass ein Zug kommt, brauchen wir ja nicht. Das haben wir dort hinten. Nöte. Ich sehe schon mal die kanadische Flagge. Ja, da gehen wir doch mal hin. Alles, was wir so auf dem Weg sehen und entdecken, das sollen wir doch untersuchen, denke ich mal. Was haben wir denn hier? Strahler. Ne, guck mal eben. Lagerbüro. Ah, wir sind hier. Alles klar. Sieht gemütlich aus. Stoff. Stoff. Schrott. Eine Schnur, vielleicht für unser Nebenzielchen. Ich fange am besten mal vorne an. Der gefrorene Angler. Ein Lehrbuch über das Eisfischen. Daraus könnte man was lernen, ne? Fang einen Fisch an einem Angelloch. Finden Eisfischerhütten. Okay. Gewehrpatrone. Fließfäustlinge. Gucken wir doch mal kurz. Sind schlechter. Ist jetzt nicht so groß der Unterschied von Erhaltbarkeit her, deswegen legen wir die mal ab. Papier. Eine Kühlbox. Ich glaube, die brauchen wir hier am wenigsten eine Kühlbox. Zu trinken ist natürlich immer gut. Essen und trinken nehmen wir mit. Noch ein paar Salzkräger. Eine Dose brauchen wir nicht. Hier ist nichts mehr, das können wir höchstens zerlegen. Für Altholz. Ist aber nicht vonnöten. Ein Buch. Gewehrmunition. Sehr nützlich. Papierchen lassen wir mal hier. Dürft ja auch, glaube ich, wieder nur Papier drin sein. Vielleicht noch für unsere Leuchtpistole. Munition hatten wir ja zuletzt auch. Trockenfleisch. Sehr schön. Natürlich auch besser. Schlüssel zur Seehütte 3. Ein Schlüssel zur Hütte am Rätselsee. Nehmen wir mit. Werden wir blöd, wer nicht. Holzbrikett. Wiegt aber auch 2 Kilo. Hier noch ein Beil. 86%. Ja, dann tauschen wir das doch mal aus. So. Immer das bessere mitnehmen. Wasserreinigungstablette in der BNU. Schnurangelzeugkarten. Ja. Damit hätten wir schon mal ein paar Angelsachen zusammen. Lampenöl. Ein Parkhinweis. Wir lesen. Aufgrund des Ungewöhnlichkeiten Wetters dieses Jahr schließen wir den Provinzpark Rätselsee etwas früher als üblich. Stellen Sie sicher, dass alle Camper ihre Sachen gepackt haben und bereit für den Abtransport mit dem Schienenwagen sind. Wer nicht mitfährt, muss zu Fuß aufbrechen. Nicht gerade angenehm. Ja, das blüht uns ja hier. Viele Fußwege. Schließen Sie wie gewohnt alle Seehütten ab und stellen Sie sicher, dass alle Vorräte in bärensicheren Behältern verstaut sind. Und bitte nehmen Sie dieses Jahr die Flagge ab. Nach dem letzten Winter mussten wir sie ersetzen, da der Wind sie einfach in Fetzen gerissen hat. Sobald Sie das Lager abgeriegelt haben, melden Sie sich beim Förster Aussichtsturm. Dort vermutet man, dass jemand den Aussichtsturm benutzt hat, um Jagdausrüstung zu lagern, sehr gut, und alte Tierfälle zu trocknen. Kann nicht behaupten, dass ich Sie an diesem Hinterwäldlerposten beneide. Seit den Erdbeben geht großer Bär echt den Bach hinunter. Ja. Klingt gut. Klingt vielversprechend. Jagdausrüstung. Okay, damit hätten wir hier den ersten Bereich. Abgesucht. Gucken dann mal hier nach. Hier hätten wir noch Medizin. Für den Herrn vielleicht. Nö. Schrott. Jede Menge. Hier noch ein Asset. Papier. Streichhölzer. Nehme ich mal mit. Man weiß ja nie, was noch kommt, was wir besorgen müssen. Und dann gehen wir mal nach oben. Papier. Stoff. Ein paar Büchlein. Das können wir nicht nehmen. Okay. Nochmal hier reinschauen. Sonderbündig. Ich hoffe, dass er das noch mehr braucht. Ich hoffe, dass er das noch mehr braucht. Ja. Ist nichts drin. Kräutertee. Wenn er noch gut ist. Und hier wieder was zu lesen. Ein Informationsblatt mit Informationen zu großer Bär. Natürlich wieder vom Heimatverein. Ein längerer Text. Oh, da sind wir beschäftigt. Fangen wir mal an. Die Region Rätselsee ist ein Gebirgsteil mit einer durchschnittlichen Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Ihren Namen hat sie von dem großen See, der einen Großteil des Südostens der Region bedeckt. Im Westen und Süden ist sie von Bergen umgeben. Im Norden und Osten von den Hügeln des Inselinneren. Von Norden nach Süden wird das Gebiet durch die Bahnstrecke geteilt. Ja. Die Region ist stark bewaldet, hügelig und beheimatet viele Wildtiere. Aufgrund ihrer hohen Höhe sind die Durchschnittstemperaturen gering und die Nächte zählen zu den kältesten auf ganz großer Bär. Starker Schneefall ist keine Seltenheit. Rätselsee ist ein beliebtes Sommerausflugsziel für Camper und Wanderer. Im Winter wird die Region jedoch größtenteils abgeriegelt, da sie aufgrund ihrer Unzugänglichkeit kaum besucht wird. Sie verfügt über keinerlei Verbindungsstraßen zu den dichter bevölkerten Regionen in den angrenzenden Tälern der Bergkette. Daher bleibt sie meist passionierten Wanderern vorbehalten, die sich von der nächsten Stadt Rupperts Anlegestelle aus auf den langen Marsch auf den mittelschweren bis anspruchsvollen Wanderrouten wagen. Die Unzugänglichkeit war im Laufe der Jahre zugleich Fluch und Segen für die Region. Bis zum Bau der Bahnstrecke in den 1930er Jahren war die Gegend nahezu unberührt. Ohne entsprechende Einrichtungen und eine dauerhafte Bevölkerung konnte jedoch auch keine echte dauerhafte Infrastruktur entstehen. Ein Projekt, bei dem Rätselsee über eine sekundäre Schnellstraße mit den anderen Tälern verbunden werden sollte, wurde aufgrund der geologischen Instabilität der steilen Berge und Klippen eingestellt. Die Bauversuche führten zu starken Erdrutschen, sodass nur wenige Kilometer Straße geräumt werden konnten. In den 1960er Jahren wählte der ambitionierte industrielle Richard K. T. die Region Rätselsee für ein neues Wasserkraftprojekt aus, das eine große Bergbauunternehmung im angrenzenden Tal mit Strom versorgen sollte. Mit seinem optimalen Grundwasserleiter und den Gebirgsbächen, die jährlich für frische Quellwasser sorgen, war Rätselsee ein kostbares natürliches Reservoir mit ungenutztem Wasserkraftpotenzial. Abgesehen von einem kleinen Testdamm, der 1962 gebaut wurde, wurde jedoch auch dieses Projekt auf Eis gelegt. Die Kosten durch die Unzugänglichkeit und die seismische Instabilität der Region erwiesen sich einfach als zu hoch. Bis zum heutigen Tage ist Rätselsee, abgesehen von der Bahnstrecke, die durch die Region führt, nur über die Wanderrouten durch die Berge mit dem umliegenden Tälern verbunden. In den Wintermonaten sind diese jedoch aufgrund der niedrigen Temperaturen und des Schneefalls kaum passierbar. Zudem sind die wildlebenden Tiere nicht an Menschen gewohnt, da die Region größtenteils unbewohnt ist. Das macht sie zu einer ernsthaften Bedrohung. Wanderern und Campern wird abgeraten, die Gegend in den Wintermonaten zu besuchen. Zudem wird empfohlen, sämtliche Lebensmittel und Abfälle in bärensicheren Behältern aufzubewahren. Ja, okay, nehmen wir wieder mit. Dürft ihr, wie gesagt, nichts wiegen. Hier sind auf jeden Fall auch Bettchen. Socken, aber das sind wieder diese Sportsocken. Dann würde ich sagen, dass wir mal ein Schlückchen trinken. Hier sind noch Wanderstiefel. Aber so wie die aussieht, lassen wir die hier. Schönes Bettchen. Ja, ich würde sagen, wir trinken und essen mal. So, natürlich kriegen wir jetzt ordentlich Durst. Aber zu trinken haben wir natürlich auch dabei. Dürfte kein Problem sein. So, okay. Dann würde ich sagen, was sagt die Tageszeit? Ja. Wir sind aber noch nicht wirklich müde. Wir ziehen natürlich weiter dann. Schlafen gehen lohnt sich noch nicht. Da warten wir lieber. Und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann. Bleibt mir gewogen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.